Willkommen bei SpontanTV. Hier erlebt ihr immer die krankeste Scheiße. Spontan! Ach was? Boah! Wackel nix. Wackel vorsichtig. Fresse, Junge. Jaaaah! Boah, reicht da, Moni, drei Lachen. Was hab ich? Weißen Schuh. Ich hab's nicht mitbekommen. Ich hab's nicht mitbekommen. Ja ich hab's echt nicht mitgekriegt. Es war dunkel. Ich habe dieses Gummi nicht gespürt in meinen Händen. Du spürst doch Gummi, Arne. Ich habe echt nur die Pommes gehalten. Das Gummi habe ich gar nicht zu spüren bekommen. Dann nimmst du ein Gummi mit Noppen für die Pommes, eigentlich. Das schaue auch nicht mehr ganz sauber. Das ist eine Art die Rutschvorlage. Warum fluchst du auf Türkisch die ganze Zeit, man sei so ein Türkisch? Keine Ahnung, ich bin zu viel mit Ausländern. Schau dir mal den Taliban an. Schau dir mal diesen Taliban an. Hast du da ein bisschen Taliban? Ist es wert 500? Ja. Für was steht für diese Modell? Was weiß ich, Alter? 500. Modell? Was weiß ich? 500 Mal geschrottet? Keine Ahnung, ey. Fünfmal an die Wand gesägt, ey. Also, du hast schon ein Schwuchtelzaube, oder? Also, du hast schon ein Schwuchtelzaube, oder? Fuck you, too. Jetzt schon in 3D. Wow! Der Effekt war geil, Alter. Wahnsinn. Oldschool, Mann. Oldschool. Du kennst das Aussehen? Klar, Mann! Alter, Hammer! Nein, kein Scheiß, jetzt kennst du ihn nicht. Ich auch nicht. Okay, ich werde jetzt ganz spontan auf seinem Auto aussteigen. Wie bringe ich das jetzt so spontan? Malaka! 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 Malaka!